Guten Morgen, mein Name ist Monika Baran. Ich bin Diplom-Designerin und habe eine kleine Netzwerkagentur. Die Agentur sorgt dafür, dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung bestens verkauft wird. Wir bieten fast das gleiche wie eine normale Werbeagentur, sind aber aus freien Mitarbeitern zusammengesetzt, die ständig und zuverlässig zur Verfügung stehen und wenn sie Näheres über unsere Dienstleistungen wissen möchten, dann gucken sie doch einfach auf meine Internetseite www.baran-grafik.de. Also wir bieten von Design bis Programmierung alle Dienstleistungen an Text, Film, Fotografie, also alle Dienstleistungen, die man für eine Werbung braucht. Der Kunde hat die Möglichkeit das auszuwählen was er möchte, muss er nicht das ganze finanzieren. Wir liefern Design, das immer individuell auf den Kunden zugeschnitten ist, kein 0815 von der Stange und wir beraten sie ganz individuell im Vorfeld, was sie eigentlich wirklich benötigen und wo sie vielleicht noch Geld sparen können, indem sie eine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen.